so wir spielen heute wieder let's start minecraft letzte stimme hinter dir hinter mir der witzig hinter dir auf dir mit dir das ist ein monster hunter gut dass wir bis jetzt noch keine gekillt haben und er das achievement dafür kriegt weil wir noch kein schwert gebaut haben wir nur gegossen genau und an dem ding stehe ich gerade weil die können mich jetzt mal kreuzweise brauchen taff über ein tool rod ok klack klack ich sterbe jetzt dann sowieso wieder in rekordzeit wieso habe ich mir ein ironbinding gebaut ich deb dein eines grab habe ich jetzt hier mal abgebaut weil kein mit dem weg war ja auch nur cobblestone und ein spinnenzeug drinnen und ein knochen genau der knochen war meine waffe also alle mir reicht kommen mir hier zwei bisser skelette entgegen ja das weiß ich das habe ich ja vorhin gesagt es sind da zwei so komische schwarze viecher export war sie jetzt tot also für diejenigen die den weg zum meter noch nicht kannten ich glaube jetzt können sie alle richtig machen wir ein stück auf dass dann doch schon direkt drunter geht da wird natürlich direkt runter ich habe gar nicht gewusst dass wir momentan method energy hoch drei spielen ja so komme ich mir auch langsam vor ein aufmachen wo seid ihr gerade am büssen direkt an der brücke gerade ruhig wie gesagt wir müssen den spawner unbedingt einbauen dass die nicht wegfliegen können die paulie gräber ab egal wesen namen oder drauf steht ja aber bitte vorher nicht am rand schön die steile hin machen blöde sie ist einfach so ein scheiß großer kürbis auf mich das darf ich gleich wieder rennen nicht alles mit aber 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 wieso brennt das da weil sie nicht so bin da ich auch mal gesammelt vom drück kommt frag mich jetzt nicht was teins soll ich muss erst mal minds attjen du hattest offen sich das feuer und ein paar fackeln ist mutter meine sein ich weiß jetzt nicht wo man wo ist mein schwert ich habe auch noch ein paar hü Faith und komplett meine meine sachen ja entschuldigung aber ich bin hier noch dabei mein grab irgendwie erst mal zu sichern in fotos wo jetzt alle nass lang immer noch tja auf mein schwert fehlt ich habe nur goldschwerter bin doch auf dem weg du weißt doch unser lama brauchte mir etwas länger vor allem der langsam läuft das ist nicht meins das ist nicht meins das ist nicht meins 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 das ist auch nicht meins hat die longs wert kann jürgen das müsst ihr dann hin und her tauschen so bitteschön in zwei weil ich mal so da noch brot dimensionalbrot wird auch jürgen ja das ist ja wo ist der rest also jetzt habe ich dann noch die ersten zugeschmissen da gibt mir mal ein paar steinchen bitte du bist jetzt unsichtbar das ist dimensionalbrot aha tun wir die monster jetzt was das weiß ich nicht frage doch die monster nicht mich das wäre ja cool so hier rechts ist mein grab das würde ich jetzt auch gerne noch abrufen ja jürgen schau mal ob du da vorne noch ein paar steinchen setzen kannst und da vorne meinst du da hinter mir ja da vorne meine ich da wo das borner ist ach da wo das borner ist ich glaube ich bin der wang so ich habe recht drunter oder willst du da ich möchte dass die nicht abhauen können mehr Aua 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 wo tut er das kann ja super jetzt steht mein grab ja richtig an der richtigen stelle ich habe nur noch zwei herzen ich muss mal ein wenig weg hier bis ich ein wenig aufgeladen habe also raschner du musst du dich momentan alleine verteidigen auch erst mal wenn du noch ein paar steine hast kannst mir welche geben kann ich mitbauen ich habe mir nur noch drei nur hier einmal so ein bisschen sicher vor allem mit hangers overhold dauert das überhaupt nicht lang aber das bohner hat sich wieder aktiviert weil du jetzt in der neb ist und verdammt und ich habe extra so lange gewartet bei mir wird es gerade heiß am arsch bei mir auch ich bring nochmal anderthalb steine mit ja wie gesagt es sind diese compressed cobble stones sind ja auch dort ja ja die habe ich ja gerade genommen so dass es halt anderthalb steaks voll die fette riesen spinne jetzt hier zwei stück aber weg 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 aua 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 ´a toll fast tot und ich bin noch nicht mal angekommen ich habe gerade protos ich erschlagen er war etwas ausgehungert die haben gerade skelett erschossen Oh, so, kleinen Moment mal eben Hallo Bin hier Ich hab keine Pfeile einstecken Ach, die Pfeile habt ihr behalten Nett Nur einen Bogen hab ich bekommen Ich hatte keine Pfeile Glaube ich Skeletti Okay, Rohrschneider mag mich nicht Oder Protus 2, dass ich Doch, entschuldige bitte Bin ja schon fast da Ja Und was hab ich hier, Nitro Creeper oder was, alter Bring mir erstmal die Steine Oder willst du gegen die 5 Blaster kämpfen Jürgen, renn voll zu den Blaze hin Ich dachte, du wärst da Nee, bin ich glücklich Hast du diese blöde Spinne erschlagen? Was? Nee, das waren zwei Riesenspinnen Wenn ich die erschlage, komm erstmal 5 kleine Spinnen raus Nee, die bringen sich auch ab und zu selber um Ja Um sich zu formieren, ne? Und, warte, lass mich raten, ich komm da nicht hin Nein Keine Steine mehr Also ich kann euch leider nicht mehr unterstützen kommen, weil da sind ungefähr 12 Stunden vor dem Eingang Äh, wenn noch ein paar Compress dazin, äh, schnapp dir die und, ähm Bau den Tunnel voll Komme vom Netator nicht einmal in den Gang zu der Brücke, wo, zur Festung Achso In dem Bereich Nee, da draußen lauten auch 5 Creepern Jetzt seid ihr ja zu zweit Hey, wieso machen die immer hell hier? Hey, du musst aber keine Gedanken machen, weil da haben wir keine Kabelstones mehr Hallo Hallo Müssen wir die nächste Großbaustelle anfangen, damit wir wieder an Kabelstone kommen Ja Weg, danke Aua Hä Bin ich denn da noch? Alter, auf mich schießen gerade 5 von diesen blöden Viechern Also Spinnen sehe ich nicht, aber ich sehe einen Skelett Aua Ich brenne schon wieder Keine Spinnen mehr da? Okay Aber dein Grab ist, äh, steht da sehr günstig Hm Natürlich Ist egal, kannst stehen lassen, eh nix Ne, wenn da nix drin ist, dann lass ich es nicht stehen, weil, äh, sonst haben wir jedes Mal ein Skelett hier vor Genau, Rohrschneider lässt es immer stehen Ganz doch Sammelt die dann ein und lasst ja alle auf Rohrschneider los Hier, warte, Rohrschneider, nimm mal ein paar Steine mit zu Drag Ich habe nämlich nur noch neun Dann, äh, baue ich mal hier ein bisschen Gang Ja, das Lustige ist, hätte ich mal Pfeile von euch gekriegt, äh Hätte ich ja auch Fernkampf kriegen können Geht nicht Wenn der zu mir kommt, ich habe noch ein zweites Schwert einstecken Ich habe einen Schweine Männer Na, super, der trifft mich natürlich auch um die Ecke Hallo, hast du bei World of Tanks abgeschaut, oder was? Ich habe nur noch einen Halbherz Ach, warum? Mach schneller die Herzen voll, Mann Die Leute wollen nicht nur sehen, wie ich hinter dem Eck kauer Nein, das ist taktisches Verstecken Nicht Mädchen? Sag derjenige, wo von 4.000 Spinnen, äh, verfolgt wird und, äh, nicht bei mir ist Ich bin auch hier bei dir, krass Wenn du bei mir bist, weißt du, was ich für ein Problem habe Ich brauche vor allem Steine Ja, ist auch in Arbeit Aber ich will nicht ständig auf dem Weg hierher verhängen Ähm, du lebst feig fährlich Geh mir mal bitte ein paar War ja klar auf mich schießen, ey Ich habe sie auch ignoriert Ich habe sie auch nicht fixiert So Natürlich Die Blaze ist jetzt mit echtem Steinschwert bekämpfen Wieso bin ich jetzt eigentlich? Habe ich jetzt eine halbe Woche gebrannt? Ich gehe ins Bett So, wo ist mein Grab überhaupt? Das ist Drecks Grab Wie gesagt, ich durfte jetzt gerade ausbrennen Gott sei Dank war ich vorher im Bett Tschüss Ich habe halt den netten Monstern gewunken, die wo gerade alle verreckt sind Aber ich glaube, du bist so gut gestorben mit deinem Grab Dass da keine Sklette spawnen Weil die keinen Platz haben nach dem Spawn Hat ja auch was So, irgendwo muss da hier mein Grabstein noch sein Ich weiß bloß nicht wo Ich habe noch ein halbes Herz Neben den Places Das ist eine Menge Aha Protus hat gedacht, nö, zu viel Geh weg Was denn? Du hast einen Rohrschneider gerade erschlagen Richtig Habe ich gar nicht mitbekommen So unwichtig Den erschlägt man so nebenbei Das merkt man gar nicht Genau Ah, schön Ich glaube, wenn ich jetzt Wenn ich jetzt wirklich alles, was mir jetzt gestorben sind Nacheinander schneiden geht Äh, vom Tunnel laufen Wenn es 20 Minuten nur laufen Ja Aber ich hoffe, dass das jetzt das letzte Mal ist Ich habe auch nur noch zwei Herzen Und die füllen sich nicht mehr auf Doch, du brauchst mir ewig Hang das Overhaul Nee, nee Ich habe keine Nicht genug Keulen Dann etwas Ich kann höchstens Cobblestone essen Ich bin ja an meinem Grab noch nicht gewesen Na dann, hau rin Genau Lass es dir schmecken Na toll, jetzt kommt noch ein Skletterer raus Ach ja, super Vielleicht, das konnte ich zurückhalten Ich sklette nicht Ja, du hättest nur fünf Sekunden länger warten müssen Ich bin gerade hinter dir gewesen Ja Aber schön, wir sind zu dritt auf dem Server Und sind uns maximal zehn Sekunden lang Ich brauche mal eine Sekunde Das hat es letztlich auch gedacht Natürlich, ich brenne schon wieder Hör auf Ah, ich habe einen Pfeil bekommen Einen Mach mal auf, dass du dich nicht überhebst Ja, du da Aber ich kann zwei Pfeile von hinten loslassen Oh no Natürlich Ihr habt doch einen Schuss Doch bloß mein Grab haben Ja Ich bin hinter dir Ja Ich habe nur noch drei Herzen Okay, das heißt Du musst sowieso ran Wenn du dann wenig Herzen hast Kommst du zu mir Und spiel nicht wieder Fackel mit denen Wäre schön, wenn du kommst Und meinen Grab abbrauchst Nein, mache ich nicht Ich habe drei Herzen Hier täglich Ich schütze das Mobeltier Machen wir das gleiche Komm hier rüber Bauen wir ein Schwert Geh wieder rüber Geh wieder rüber Du brauchst hier kein Schwert bauen Doch Für was brauchst du ein Schwert Für die drei Meter Aber ich hast doch gesehen Ich habe doch drei Blazes getötet So, bin wieder auf dem Weg Ich verfolge dir Licht auf die Persen Wird man es ja diesmal schaffen Gleichzeitig anzukommen Vielleicht So, jetzt sollten wir nicht den Stein Vor die Schnüte machen Tschüss Kollege Ich bin falsch rum rausgelaufen Alter Ich bin gleich tot Ich lauf gleich mit Rauschneider vorlaufen Schön steht da Ich fühle mich toll Ja, genau Wörpfeet Du rauchst doch was zu viel